Die Eingliederungsstätte Baseland ist eine Stiftung von Enzime Baseland. Seit 1975 finden in unserer Institution jugendliche und erwachsene Menschen mit einer Behinderung Arbeits- und Wohnplätze. Sie bilden eine Lebensgemeinschaft, die sie trägt und fördert. Unser Angebot umfasst zurzeit rund 400 Arbeits- und 100 Wohnplätze an verschiedenen Standorten im Kanton Baseland. Speziell gefördert wird die Integration in die Arbeitswelt. Dabei sind wir ein attraktiver Partner für die Wirtschaft. Das individuelle Wohnangebot der ESB unterstützt die selbstbestimmte Lebensgestaltung so weit wie möglich. Dabei spannt die Betreuung den Bogen von der Wohnbegleitung für Externe bis zur Intensivpflege auf allen Stufen. Neu steht auch ein von Gönnern finanziertes Therapiebad zur Verfügung. Und für diverse Anlässe kann der neue Kultur- und Mehrzwecksaal genutzt werden. In der Ausbildung entwickeln und fördern wir Kompetenz und Verhalten durch angepasste Lernformen. Junge Erwachsene können eine ihren Fähigkeiten entsprechender Anlehre oder Lehre absolvieren. Dabei legen wir Wert auf individuelle Förderung auch bezüglich lebenspraktischen Fähigkeiten. Auch die Arbeitsangebote sind vielfältig und differenziert. Von geschützten Beschäftigungsplätzen für Stärkerbehinderte über integrative bis zu vollintegrierten Arbeitsplätzen. Im Arbeitsverhältnis montieren und produzieren wir einfache und anspruchsvolle Produkte und stellen eigene Produkte her. Wir arbeiten mit über 300 Firmen aus der Region zusammen und sind ISO-zertifiziert. Beispiel einer erfolgreichen Kooperation ist Promonta, unser Unternehmen für Elektronikfertigung und Baugruppenmontage. In unserem Laden zweifach mit Velowerkstatt, Kleiderangebot und Atelier finden Menschen mit einer Beeinträchtigung angepasste Arbeitsplätze. Durch den Kundenkontakt und dank des Standorts im Gundeli-Quartier in Basel findet Integration real statt. Vielleicht sind wir auch der Partner für Sie? Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. ESB – Chancen in vier Dimensionen